Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Blockchain verstehen oder Bauklötze staunen? Blockchain ist in fast aller Munde, Tendenz steigend. Und wie immer, wenn ein neues Thema aufkommt, will jeder mitreden. Und tut dies dann auch. Aber genau zu erklären, was eine Blockchain ist, wie sie funktioniert und für was sie benutzt wird, ist so ähnlich wie einer dem Fußball eher abgeneigten Person die Abseitsregel zu erklären. Nämlich gar nicht so einfach. Besondere Irritationen scheint der Begriff des Blocks auszulösen, gemahnt er doch an die Blockschokolade, den Wohnblock, den Blockwart oder den gemeinen Bauklotz. Eine Blockchain ist per Definitionem ein digitales Speicher- und oder Transaktionsinstrument, das als so gut wie hundertprozentig sicher betrachtet werden kann. Zweitens ist die Blockchain eine Auflistung von Datensätzen, die kryptografisch, von griechisch kryptos gleichgeheim, grafein, schreiben, miteinander verkettet sind. Das ist die abstrakte Ebene. Eher langweilig. Was also sind die Gründe für die teils euphorisch, teils ängstlich geführte Diskussion über das Phänomen? Tatsache ist, die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, die gesamte Finanzbranche zu disrumpieren. Überweisungen, Verwaltungsakte, Fiskalkommunikation und Abwicklung, ja alles, was auch nur im Entferntesten mit Transaktionen, Buchführung und Archivierung zu tun hat, werden radikal erneuert, wenn nicht sogar ganz neu erfunden. Die Blockchain macht es möglich, Geschäfte und Transaktionen zwischen privat und juristischen Personen ganz ohne Notare, Banken und Makler abzuwickeln. Eine typische Blockchain-Datenbank besteht aus vier Komponenten. Erstens, den sogenannten Block, der nichts anderes ist als ein digitaler Informationsbehälter. Zweitens, ein in diesem Block bzw. Behälter enthaltene Information, zum Beispiel über eine Finanztransaktion, Überweisung. Drittens, in den jeweiligen Blöcken befinden Überbrückungscodes, Hash, zu den vorhergehenden, zu diesem Konto gehörenden Transaktionen. Viertens, die Chain, also die Gesamtheit der Behälter bzw. Blocks eines Kontos. Fiktives Beispiel. Der erste Block enthält die Information, x überweist 10 Euro an A. Der Behälter bzw. Block, der diese Information enthält, könnte mit 8ezkh9 schiffriert sein. Der zweite Block enthält die Information, x überweist 15 Euro an B und ist mit 6ghakil9 schiffriert. Um die Information dieses Blocks abzusichern, wird die Chiffre des ersten Blocks der Information des zweiten Blocks angehängt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass beide Informationen zum selben Buch bzw. Konto gehören, also demselben Akteur zuzuordnen sind. Mit dem dritten Block verhält es sich genauso. Die in ihm enthaltene Information wird mit der Chiffre des vorhergehenden Blocks abgesichert und so weiter und so fort. Wir haben nun eine Blockchain aus drei Gliedern 1, 2 und 3, die sich theoretisch bis in die Unendlichkeit fortschreiben ließe. Sobald nun jemand versucht, auch nur das kleinste Detail einer der in den Blocks enthaltenen Informationen zu verändern, um zum Beispiel sich selbst eine Summe zu überweisen oder die Summe zu verändern, verändern sich automatisch sämtliche anderen Chiffren und Inhalte mit. So ist die gesamte Blockchain in sich und durch sich selbst abgesichert. Es ist vollkommen unmöglich, sie zu knacken, weil die Identitäten aller Blöcke unverbrüchlich miteinander zusammenhängen. Blockchain sind Basis von Kryptogeld. Blockchains sind also nichts anderes als Buchhaltungs- oder Kontoführungsnetzwerke, die Daten, Informations- und Transaktionsprotokolle enthalten. Damit ist die Blockchain die ideale Basis für digitales Kryptogeld, dessen Wert unabhängig von offiziellem Zentralbankgeld und allein entlang den Gesetzmäßigkeiten von Angebot und Nachfrage entsteht und sich auch der Kontrolle von Staats- und Zentralbanken entzieht. Die Blockchain ist sozusagen die Straße, auf denen das Kryptogeld rollt. Die Kunst der Chiffre Dass Blockchain-Anwendungen unendlich viele Möglichkeiten bieten, Daten zu verschlüsseln und umzustrukturieren, ist selbstverständlich auch den Geheimdiensten nicht entgangen. Schon immer haben die Schlapphüte bei der Entwicklung von Verschlüsselungstechniken eine Vorreiterrolle gespielt. Auch sie nutzen Blockchains zur abgesicherten Übermittlung von Daten und Informationen. Das historisch bekannteste Verfahren, mit dem Geheiminformationen verschlüsselt wurden, ist mit dem Namen Enigma, gleich griechisch Rätsel, verbunden. Die Enigma, genannte im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen verwendete Verschlüsselungsmaschine, wies noch einige Durchschaubarkeiten auf, die es dem Gegner regelmäßig ermöglichten, geheime Kommunikationen zu öffnen. Ein Umstand, der den Ausgang des Krieges maßgeblich mit beeinflusste. Zur Ehrenrettung des Erfinders der Enigma, des deutschen Ingenieurs Arthur Scherbius, sei jedoch gesagt, dass die Codes nie und nimmer geknackt worden wären, hätte nicht schon 1932 ein deutscher Spion die basalen Funktionsweisen der Enigma an die Franzosen verraten. Zwar verkomplizierten die Deutschen die Codes 1939 in weiser Voraussicht um ein Vielfaches. Das Prinzip indes blieb das Gleiche und konnte nach langem, schmerzhaftem Kopfzerbrechen aufgedeckt werden. So etwas kann heute nicht mehr passieren. Die mathematischen Verfahren, die heute für Schiffrierungen verwendet werden, sind sagenhaft kompliziert. Wer dann noch unbedingt wissen will, wie moderne kryptografische Methoden funktionieren, der begebe sich in den unermesslichen Kosmos der Mathematik- und Zahlentheorie. Ein Gebiet übrigens, mit dem zu beschäftigen sich lohnt. Ist es doch weit entfernt von jenem furztrockenen Stoff, der uns die besten Jahre der Kindheit versaute. Und wer durchblickt, kann reich werden. Aller Digitalisierung und allen Supercomputern zum Trotz gibt es nämlich noch immer etliche, teils seit Hunderten von Jahren ungelöste Rätsel, wie zum Beispiel die Riemannsche Vermutung. Wer auch nur eines der Rätsel löst und die Richtigkeit seiner Lösung beweist, erhält den von der amerikanischen Clay Foundation ausgeluppten Preis von einer Million Dollar. Das Raffinierte an den Blockchain-Codes ist, dass sie mutieren, das heißt, es ist unmöglich, die in ihnen enthaltenen schiffrierten Informationen rückwirkend zu verändern oder zu manipulieren. Als zusätzliche Erschwernis bedient man sich der Zerlegung von Primzahlanordnungen. Die hieraus resultierenden Codes sind dermaßen komplex, dass sie nicht mehr nachvollzogen werden können. Den Beweis dieser These hat erst vor kurzem der Bonner Mathematik-Professor Norbert Blum, nicht Blüm, vorgelegt. Er zeigte unwiderlegbar auf, dass P ungleich NP ist. Ein Glück für Kryptografen, aber auch für alle Nutzer von Online-Banking. Wäre nämlich P gleich NP, müssten sämtliche gängigen Verschlüsselungsmethoden neu konzipiert werden. Zum Glück verhält es sich aber mit dem P vermutlich wirklich so, wie vom Professor erörtert. Auf jeden Fall wird die Blockchain-Technologie Buchführungen, Archivierungen und Transaktionen revolutionieren. Sie wird sie schneller, sauberer, effektiver, rationeller und sicherer machen. Und jeder, der irgendetwas mit Finanzen, Wirtschaft oder Bürokratie zu tun hat, sollte sich dringend mit dem Thema beschäftigen. Es ist eine tolle, eine großartige Technik. Und ein weiterer Beweis, welche Leistungen menschliche Intelligenz zu vollbringen vermag. Dies sah auch der amerikanische Historiker Harold Deutsch im Zweiten Weltkrieg, Leiter der Analyse beim Amt für strategische Dienste im US-Verteidigungsministerium OSS, so. I feel that intelligence was a vital factor in the elite victory. I think that without it, we might not have won. After all. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet. Wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam. Das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.